Für viele Schülerinnen und Schüler klingt ein Informatikstudium sehr, sehr verlockend. Der PC, Technik, die Smartphones, all das, was man rund um das Thema Digitalisierung findet, ist aus unserer heutigen technisierten und hochkomplexen Welt nicht mehr wegzudenken. Der PC gehört mittlerweile nahezu in jeden Haushalt, der Umgang wird tagtäglich einfacher, leichter und bequemer und es gehört schon zum Alltag dazu. Im Gegenteil, man wird fast schon schräg angesehen, wenn man keinen PC hat und kein Digital Native ist. Und das führt auch dazu, dass viele Schülerinnen und Schüler das Informatikstudium als ein sehr, sehr interessantes Studium erkennen und für sich entscheiden, ja, das soll es für mich sein. Ich möchte gerne Informatik studieren. Doch diese anfängliche Euphorie, die ist oftmals schnell wieder vorbei. Denn das Informatikstudium ist ein sehr, sehr komplexes und sehr, sehr schwieriges Studium. Und so dieser leichte und einfache Umgang mit dem PC, die Programmierung in einfachen, objektorientierten Programmiersprachen, die steht oftmals eher am Ende des Studiums, wenn nicht sogar ganz im Hintergrund. Das führt dazu, dass Informatikstudenten relativ schnell auch externe Hilfe, externe Unterstützung brauchen, wie sie beispielsweise die Informatik Ghostwriter von GWriters liefern können. Denn in der Informatik finden sich gerade im Grundstudium komplexe und schwierige Inhalte. Das ist Mathematik, das ist Physik und das ist Elektrotechnik. Und gerade hier stoßen Studienanfänger schnell an ihre Grenzen. Und die akademischen Ghostwriter von GWriters sind Experten eben genau in all diesen Fällen, auf all diesen Gebieten der Informatik und können hier sehr, sehr gut unterstützend wirken. Diese Unterstützung findet sich bei der Erstellung von akademischen Texten, bei der Erstellung von Präsentationen, Hausarbeiten, Zwischenarbeiten, aber natürlich auch Bachelor- und Abschlussarbeiten. Das soll jetzt aber nicht so verstanden werden, dass das Informatikstudium kein interessantes Studium wäre mitnichte, denn es gehört zu den beliebtesten Studiengängen. Warum? Ein gut ausgebildeter Informatiker ist heute am Arbeitsmarkt sehr, sehr gefragt, denn kaum ein Unternehmen kommt ohne gut ausgebildete Informatiker aus. Und das zeigt sich auch schon im Grundstudium in verschiedenen Spezialisierungsrichtungen. Beispielsweise kann hier eine Spezialisierung neben der erwähnten Mathematik, in der Algorithmik, in der Datenbankprogrammierung oder auch in den inhaltlich sehr verwandten Studiengang BWL erfolgen. Und so sieht man oft auch Fächerkombinationen in Haupt- und Nebenfächern, zum Beispiel zwischen Informatik und BWL oder umgekehrt. Und so kann auch Informatik als ein Studiengang oder als zwei Studiengang belegt werden. Und gerade diese Interdisziplinarität ist hier dann auch von großer Bedeutung und großer Wichtigkeit. Genau hier kann dann auch wieder ein Ghostwriter unterstützen, der sowohl Informatik-Know-how als auch BWL-Know-how mitbringt. Später dann im Hauptstudium können noch weitere Vertiefungen erfolgen und Spezialgebiete besetzt werden. Beispielhaft kann hier die Wirtschaftsinformatik genannt werden, die technische Informatik, die Medizin-Informatik. Und auch hier haben wir wieder enge Verbindungen, enge Verknüpfungen zu eben den anderen Fächern wie Medizin, wie Technik oder eben wie BWL. Und auch hier können wieder Ghostwriter mit ihrem Schnittstellen-Know-how beiseite stehen. Das Studium dauert üblicherweise sechs bis acht Semester, also vergleichsweise lange. Das hängt auch damit zusammen, dass im fünften Semester in der Regel ein vollständiges Praxissemester ansteht. Und das ist auch wichtig in der Informatik, denn hier können Praxiserfahrungen gesammelt werden. Und in der Regel rundet dann auch eine Praxisarbeit, eine Projektarbeit diese Praxisphase ab. Und genau auch hier kann wiederum ein Ghostwriter von GWriters unterstützen. Entweder als Coach oder auch begleitend bei der Erstellung dieser Projektarbeit in der Informatik. Der Abschlusstitel in der Informatik ist in der Regel der Bachelor of Science. Natürlich ist auch später dann ein Masterstudium möglich. Die Regelstudienzeit hier liegt zwischen zwei und vier Semestern. Blickt man auf die Zugangsvoraussetzungen, so ist der NC bei der Informatik vergleichsweise hoch. Und von daher sollten Interessierte an einem Informatikstudium auf jeden Fall ein gutes Abiturszeugnis mitbringen. Wenn man dann etwas detaillierter in das Abiturszeugnis blickt, sollte auf jeden Fall ein gutes mathematisches und logisches Verständnis mitgebracht werden. Spaß und Umgang mit Zahlen, auch das ist ganz, ganz wichtig. Und auch Freude an der Auswertung, an der Analyse dieser Daten und dieser Informationen. Denn oftmals werden Sie in der Informatik mit einer Vielzahl von Datensätzen, Datenvolumina sich beschäftigen müssen, die es dann auszuwerten gilt. Und gerade in solchen Auswertungsprozessen, auch hier kann natürlich ein Informatik-Ghostwriter beiseite stehen, der dann auch statistische Erfahrungen, statistische Kenntnisse mitbringt. Das kann ein Coaching sein, kann aber auch die Unterstützung bei der Erstellung der Arbeit selbst sein. Werfen wir zum Schluss einen Blick in die mögliche berufliche Zukunft eines Informatikstudenten. Die sieht, wie am Anfang schon kurz erwähnt, sehr, sehr gut aus. Gut ausgebildete Informatikstudenten sind am Arbeitsmarkt gesucht, denn jede Branche braucht Informatiker und jede Branche ist immer mehr und immer stärker von Informatikern abhängig, von EDV, von IT abhängig und dementsprechend auch vom Informatik-Know-how abhängig. Und dies zeigt sich dann auch in den Gehältern. Das Jahresprotokollerhalt eines gut ausgebildeten Informatikers liegt ohne weiteres zwischen 50.000 und in der Spitze dann sogar bis zu 120.000 Euro mit mehr Berufsjahren und mit mehr Berufserfahrung dann sogar noch mehr. Sie sehen also Informatik ein interessantes, ein komplexes Themenfeld, ein Themenfeld aber, das sehr, sehr gute berufliche Möglichkeiten bietet und in dem akademische Ghostwriter Ihnen sehr gute Unterstützung und Begleitung bieten können. Ausgleichung Vielen Dank.